Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt oder so, auf jeden Fall ziemlich derb Leute. Gerade ist hier in Ruhe. Gerade war ich im Stream gewesen, da hat es gerumft wie Sau. Leute im Stream haben es auch gehört, wie das hier knallt. Warte mal ab, vielleicht kommt noch was, wenn nicht, das glüht. Das schütten tut er auf jeden Fall ziemlich. Es zieht weiter nicht aus wie das Glitter. Jetzt geht es all das hell. Alter Schwede. Auf jeden Fall ziemlich kranke Scheiße. Aber es zieht weiter. Vor uns kamen die Blitze runtergeschossen wie sonst was. Das sah echt krank aus. Ich kam nicht schneller ran, um hier was zu machen. Jetzt wird es nur hell. Ich bin komisch. Es wird noch bis es knallt, richtig. Bei uns waren es die richtige Dinger hier. Richter Pfff. OMS ging es da. Es hat die richtige Wände gewackelt, wenn wir es hier herunter kam. Es ist richtig hell. Ja, wer merkt selber, die Blitze sind jetzt weg. vielleicht kommt noch ein oder andere mal schauen wenn man hört das rums ist wie so ein kleines rollgewitter ist das echt krank komm mach doch mal richtig bumm hast du gerade eben auch gemacht weil ich hier auf dem zoom war das hell bringt mir doch nicht ein richtig krasses unwetter hier ich war heute noch im freibad mit meinen Kindern gewesen jetzt ist ein übelst krasses unwetter also jetzt möchte ich in dem fall die draußen sein die das schüttet und glitzt und donnert und was auch immer seht ihr was hier abgeht leute hört es kommt langsam an wie ich sage es kommt langsam an kann sein dass es vorbei ist langweilig ich brauche richtig blitze leute muss richtig scheppern guck meine frau hat angst davor ich habe es gesehen das ist wie durch eine keine ahnung es klingt richtig krank so wie dort im streamen dass ich gerade mal draußen bin also ich muss gerade mal ein video darüber machen was hier gerade abgeht bei uns ich bin gleich wieder im streamen dabei aber das ist einfach nur krank war es das schon oder kommt noch was das ist doch natürlich ganz schön wie ihr merkt da sehe ich das auch ziemlich krass es hört aber auch ein türk ok jetzt ist Ruhe die Ruhe vor dem Sturm wie es aussieht ich würde sagen machen wir auch mal weiter also wau ihr habt es heute gesehen alter kranke scheiße soll das ausmachen ich habe so ein Ding runter hohoho der wird ja alles über schön hochgehen bei diesem Blatter wenn meine frau meine frau raus kommen möchte zeig mal nur ein Vogel nein auch kreppchen kreppchen noch kreppchen 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 außer halt der Regen aber von da nachher oh jetzt geht es wieder los ne wie soll es zieht das wirklich weiter kreppchen 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 das fährt irgendwie gar nicht kreppchen 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 wie jen kennt ihr keiner mehr willst du mal다 färbeln kreppchen mal granted hanner quer oder über kreppchen MR ich will mal ganz kurz Flight ich baue noch etwas hin dass ihr dass ich noch irgendwas film kann alles so diese Die Maschine draufstellen, ne? Die Maschine draufstellen. Ich sehe euch. Auf jeden Fall vieles geil. So. What the fuck. So, du kommst jetzt ins Fenster, dann geht's ja los. So, 건st haben wir rund umIAN. So, du machst das. So, du kommst dich Dänischen RIP Ich will euch noch nicht filmen, was man dort abkommt. Ich habe das Glück gehabt, genau. Ich habe gesagt, wir gehen da nicht entweder fünf Jahre, wie man da vorliegt. Der ist nie. Ich habe ihn doch auch nicht mit. Wie hängt es nicht? Ja, immer weiter. Ich habe aber nicht vollgemacht, dass der Hinschlepp ist und alles so was verwendet wird. Das ist ja kräftig. Ich habe da rausgelegt. Ja, eigentlich. Ich habe den Hinschlepp. Ich habe den Hinschlepp. So bleibt das Video. Das war dann der Video, wenn wir das Video vielleicht noch. Wir wiederholen sich in beiden. Ich habe die beiden. Wir werden uns da kompressivieren, dass man über das Ding der Finschlepp. Ich habe die die Nase gemacht. Ich habe den auch nicht über den Finschlepp. Ich habe die Hinschlepp. Das ist nicht alles. Das man ja... Ich kann nicht so lange nachdenken. Ich werde der 2.1.2, 3.2. 3.1. 1.1. 3.1. 4.1. 4.1. so 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 Alter, der Schein! Geil! Ist das krank? 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 Ja, das ist krank. Das ist krank. Der Schein! Der Schein! Stoße! Stoße! Entschuldigung! Stoße! Ich bin der Schwanker! Ich habe die Schwanker in die Schwanker für mich. Ja! Schatz? Schatz? Du musst es höher machen. Man sieht nichts. Ja, du füllst aber nicht mit. Weißt du was? Ja, ich weiß nicht, ich hatte seit sieben Minuten. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich kann hier nicht eng umfüllen. Ja, mein Schatz, ich bin zu klein geworden. Schatz, Schatti, ich bin zu klein geworden. Nee, ich bin zu klein. Ja, ich bin zu klein geworden, ich bin zu klein geworden. Ja, ich bin zu klein geworden. Guck mal. Schnauze! 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 Kann ich da rein? Ja! Das sieht man nicht! Nein! Welche... welche... Das ist die Ladegerüstung? Ja! Ah, sie! Weil ich drücke den Steigen hinten! Ah! Du hast doch recht! Danke dir! Muss man gut kommen? Ja! 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 Maha, du hast noch die Mühe von mir. Guck mal. Guck mal. Zwei Minuten. Guck mal. Aber zwei Minuten. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Vielen Dank.